Hallo liebe Zuschauer. Willkommen auf meinem Kanal heute zu diesem Video. Ich bin hier in Bangsaree am Strand und bin also gestern in der Nähe von Ang Thong hier nach Bangsaree gefahren, wo ich übernachtet habe. Ich habe gestern kein Video gemacht auf der Fahrt, weil es so berauschend nicht war. Dafür gibt es heute ein Video und ich möchte gleich euch den Strand von Bangsaree und Umgebung zeigen und das Ganze natürlich wieder mal aus der Luft mit der Drohne. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 Am südlichen Ortsrand von Bangsaree schließt sich direkt ein großes militärisches Gebiet an. Sata Hip ist die größte Marinebasis von Thailand. Vornehmlich entstanden im Vietnamkrieg durch die Oder mithilfe der Amerikaner. Und so ist auch beispielsweise der Flugplatz Utabao, der ja auch sehr zivil genutzt wird. ein produkt dieser zeit den flugplatz oder flughafen unterbau haben auch die amerikaner gebaut und bataya ist ja entstanden auch ja durch die amerikaner also populär geworden und zwar hatten die amerikaner in bataya so eine art kurort für ihre im vietnamkrieg eingesetzten soldaten die dürfen da ab und zu mal hin um da wieder zu entspannen und aufzutanken und daraus ist dann so eine touristenmetropole entstanden das hier ist auch noch also wo wir gerade gesehen haben das war quasi eine grundausbildungskaserne der navy der marine und hier weiter vorne kommt dann der ortsland von bangsa rei da Amen. Hier der Bereich, wo diese ganz langen Bootsstege sind, das ist quasi der Fischereihafen von Bangsaree, mit vielen solchen langen Stegen, wo die Fischerboote anlegen, sieht man besser weiter hinten, Hier auf den Stegen sind teilweise Wohnhäuser gebaut und teilweise kann man die sogar als Ferienhäuser mieten. Musik 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 Hier nun liegen die Fischerboote von Bangsaree. Zum Teil ganz ganz alte Holzkähne, richtig wild schauen die aus. Und hier ist mächtig was los auf dem Steg und auf dem Nebendran auch. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hier vorne fängt nun der eigentliche Strandbereich von Bangsorei an. Der sich lange durchzieht, könnt ihr sehen, ist rein nach Jomtien. Na Jomtien kommt zuerst, dann kommt Jomtien. Und es ist eigentlich ein schöner Strand. Da haben sie auch viel dran gemacht die letzten Jahre. Ich kenne mich hier ein bisschen aus. Ich habe ja so drei Jahre oder zweieinhalb Jahre in Bangsorei, beziehungsweise direkt in der Nähe, in einem Village gewohnt. Bis zum nächsten Mal. 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 Hier dieser unförmige Klotz, dieses Hochhaus. Es sind Wohnanlagen oder es sind Wohnungen drin, Kondos. Del Mare, glaube ich heißt der, der passt so ganz und gar nicht in das Landschaftsbild von Bangsorei. Ganz im Hintergrund kann man dann die ersten Hochhäuser von Jomtien sehen und ganz weiter hinten fängt es dann in Bataya an. Aber wie ihr seht, was an dem Tag wieder sehr dunstig und die Sicht nicht berauschend. Und hier nun geht es dann in Bataya an? Hier geht es dann in Bataya an. Hier geht es dann wieder zurück. Untergrund, dunstig, cremenhaft die Berge zu erkennen, die da unten sind. Hier nochmal das Dill Mare von oben. Es ist jetzt ein paar Jährchen her, dass das entstanden ist. Und zum Glück haben sie das noch mehr von dem Zoll gebaut. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 An dieser Stelle sage ich dann mal wieder Tschüss für heute. Ich danke euch sehr, dass ihr dabei wart, dass ihr meinen Kanal geguckt habt. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht habt. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt gut gelaunt, lasst euch die Laune vor allem nicht verderben und was auch immer. Und bis demnächst mal wieder auf meinem Kanal. Tschüss.